Star Dancer Star Dancer Star Dancer Es war Retro Time im Club 69. Gast DJ MS spielte die hypnotischen Ausschulz-Tracks Star Dancer und Star Dancer 2 ab. Die Tanzfläche fühlte sich. Im Strobo und Gäserlicht sah man viele heiße Ladies nämlich immer mehr in Ekstase tanzen. Nach einigen Minuten flogen die ersten T-Shirts und BHs in Richtung DJ-Polt. Die Chicks und Partymäuse tanzen nun oben ohne. Dicke der Begierde wurden zu DJ MS geschickt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und mittlerweile waren der Mittelpunkt dem Dance-Floor. Gegenseitig verpassten sich die beiden Zungenküsse und auch die Zungenküsse massiert. Tanzten dabei immer weiter und aus der trauersortigen Ekstase war ja eine fiebrige Sextase. Anderen Tänzer näherten sich nun. Es waren auch Männer darunter. Tanzende Menge zockte ich nun ganz aus. Auch waren nun Splitterfasern nackt. Sie kamen tanzen zum DJ-Polt. DJ MS leckte wie gebannt auf ihre schweißenlassen glänzenden Körper und in ihre liebeshungrigen Augen. Wollten. Zogen die DJ MS komplett aus. Dann küssten sich alle drei mit Zungen heiß und wild. Body Love stöhnte er. Dann verstummte Star Dancer und alle erwachten aus ihrer Trance.